Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Devlog 39 von Prehistory Kingdom. Wir werden uns gleich mal gemeinsam angucken, was sich so in der Entwicklung im Mai 2021 von Prehistory Kingdom getan hat. Das sind jetzt keine Sachen, die wir jetzt schon direkt spielen können in der Alpha, aber das sind Sachen, die uns dann in der Beta erwarten und welche wir dann austesten können. Und es steht auch in diesem Text drin, wann die Beta uns wahrscheinlich erreichen wird. Also das werde ich euch auch gleich verraten. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Devlog hier. Als allererstes sehen wir direkt schon einen kleinen Spoiler, welcher neue Dinosaurier uns erwartet. Das ist der Parasaurolophus. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Entwicklungsstatus aktuell von dem Spiel. Es gibt sehr, sehr viel zu tun und die Entwickler machen große Fortschritte und haben auch schwere Hürden hinter sich gebracht, so wie ich es lesen konnte. Da steht noch so ein bisschen was dazu drin. Aber das Wichtigste für uns ist dieser Satz hier. Die Beta wird uns höchstwahrscheinlich im Quartal 3 diesen Jahres erreichen. Das heißt, im Herbst können wir dann, obwohl könnte sogar schon später Sommer sein, also im Spätsommer oder Herbst können wir dann hoffentlich die Beta spielen mit neuen Funktionen und neuen Dinosauriern. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. So, den nächsten Punkt. Das ist das Core Progression System. Das ist sowas wie, ja, der Park hat einen alten Rating. Ihr kennt das ja von anderen Simulatoren, dass man dann zum Beispiel wie bei Jurassic World Evolution diese Sterne hat. Und diese Sterne werden natürlich beeinflusst durch bestimmte Dinge, zum Beispiel durch Dinosaurier, die man im Park hat, oder Gehege oder Gästeanlagen und sowas. Und sowas wurde halt zum ersten Mal implementiert, dass dann auch solche Sachen ausgelesen werden und dadurch eine Parkbewertung entsteht. Allerdings fehlte auch noch ganz, ganz viel bei der Berücksichtigung und bei diesem ganzen System, dass es funktioniert. Aber daran wird auch noch sehr stark erarbeitet. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Den kann man nämlich auch schön bildlich vor Augen sehen. Nämlich ist das verbesserte Grafik. Dabei wurde hauptsächlich der Schatten ein wenig angepasst. Also so sah das Ganze zuvor aus. Und wenn ihr mal jetzt hier unten guckt, das ist After, da könnt ihr das schon sehen. Also der Schatten hat viel, viel mehr Tiefe. Das verleiht dem ganzen Bild auf jeden Fall viel mehr Tiefe und es sieht viel, viel schöner aus. Das Ganze macht einen ganz kleinen Performance-Unterschied. Also das heißt, es zieht ein bisschen mehr FPS. Allerdings kann man diese Option auch ausschalten. Also wenn man nicht den besten PC hat, kann man auch diese Option auslassen. Aber ich muss sagen, der Unterschied ist wirklich enorm. Also das kann man schon sehr gut sehen. Warte, wenn ihr auch hier hinten die Bäume und sowas anguckt, sieht alles viel besser aus. Hier oben ist alles in so einem Brei verwaschen. Und hier sieht einfach alles viel, viel cooler aus. Hinzu kommt dann auch noch eine andere kleine Sache, nämlich solche Lichteffekte. Die kennt ihr sicherlich. Wenn man in die Sonne schaut, dass dann diese Lichtreflektierung oder Lichtstrahlen zu sehen sind im Bild. Und solche Lensflares, heißen die auf Englisch, wurden auch in das Spiel eingefügt. Also das heißt, wenn man zum Beispiel aus Wasser guckt, wo sich die Sonne spiegelt, könnte man dann so eine schöne Lichtspiegelung sehen. Als nächstes haben wir dann diesen Development Report. Da hat man immer noch mal ganz schön als Übersicht, was so alles sich getan hat in diesem Monat. So, jetzt kommen wir aber zu schönen Bildern hier. Denn jetzt kann man einiges von diesen ganzen neuen Mechaniken sehen und Menüs sehen, die man dann auch benutzen kann. Hier hat man zum Beispiel einmal so einen Parküberblick. Und da kann man dann einige Sachen einstellen und auch sehen. Unter anderem hier den Parknamen. Hier kann man den Park öffnen, schließen. Und ich weiß gar nicht, was das Gelbe dann ist. So ein Zwischending vielleicht. Ich weiß es nicht. Hier kann man dann auch die Preise einstellen für Erwachsene, für Kinder. Ticket Satisfaction heißt wahrscheinlich, wie beliebt die Tickets sind bei den Besuchern. Dann sieht man hier das Park Rating. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Also jetzt gibt es auch so ein Sterne Rating, wo dann auch die Aspekte, die da drunter stehen, wahrscheinlich alle mit hineinfließen. Hier gibt es einmal die Land. Das Land wurde bewertet. Land Value. Dann wie sauber der Park ist. Dafür gibt es eine Bewertung. Und dann gibt es auch nochmal für die ganzen Gästeanlagen und Parkanlagen Bewertungen. Für Essen, Toiletten, alles mögliche. Hier Lernaspekt. Dann Ruhebereiche. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht alles einzeln durchgehen. Und hier unten gibt es dann auch nochmal eine Tierbewertung. Hier ist einmal die Population der Tiere. Wir haben jetzt in dem Fall hier elf Dinosaurier. Dinosaurier und davon fünf einzelne Spezies. Und das bringt das Ganze auf eine Bewertung von einem Stern. Das zieht die Bewertung wahrscheinlich momentan sehr, sehr runter. Deswegen sind wir hier nur bei anderthalb. Und hier gibt es dann auch noch Bewertungen für Gehege und für die Sichtbarkeit der Dinosaurier. Und auf der rechten Seite gibt es auch noch einiges zu sehen. Nämlich hier oben. Das ist auch sehr interessant. Nämlich gibt es hier eine Wettervorhersage und auch allgemein eine Wetteranzeige. Man sieht halt, wie warm es ist und welches Wetter so als nächstes uns erwartet. Das heißt, dann werden auch mal Gewitter kommen und vielleicht auch irgendwann Tornados und sowas. Das ist natürlich dann super interessant. Und wir haben hier auch noch weitere Reiter. Nämlich zum Beispiel die Finanzen. Die kann man hier checken. Das Marketing. Das heißt, Werbung machen für den Park. Dann haben wir hier Ausgrabungen. Das heißt, man kann jetzt auch Teams losschicken und dann Fossilien ausgraben und mit diesem dann in der Research DNA analysieren und vielleicht neue Dinosaurier entdecken und dann ausbrüten. Dann hat man hier nochmal einen Überblick über seine Tiere. Hier einen Überblick über seine Mitarbeiter. Und nochmal einen Überblick über seine Parkinfrastruktur. Das heißt, alle Gebäude und wie die funktionieren. Ihr seht es ja hier zum Beispiel, wie die mit Strom versorgt sind und, und, und. Also man hat hier wirklich viele Möglichkeiten. Allerdings werden nicht alle Sachen, zum Beispiel hier Child Pricing. Das ist halt die Tickets für die Kinder. Marketing und die Mitarbeiter werden noch nicht verfügbar sein beim Early Access Launch. Das heißt, nicht alle Sachen, die ihr hier gesehen habt, sind dann automatisch bei der Beta beziehungsweise beim Early Access Launch verfügbar. Aber ist schon mal ganz schön, weil mit diesem Bild kann man schon mal gut sehen, in welche Richtung das Ganze sich entwickelt und was wir alles dann für Möglichkeiten haben werden bei dieser ganzen Parkmanagement-Geschichte. Dann kommen wir ja zu den Finanzen. Da schauen wir uns auch nur schnell das Bild an. Hier hat man nämlich auch einen guten Überblick. Also hier kann man dann zum Beispiel, ihr seht ja die Farben. Also gelb ist zum Beispiel Eintrittstickets. Da sieht man dann, wie viel man verdient hat an dem Grafen. Dann sieht man hier bei Grün, dieses Hellgrün, das ist dieser Balken hier, wie da die Finanzen waren. Das ist, glaube ich, immer Vierteljährlich. Also diese ganze Leistung hier ist ein Vierteljahr. Und dann sieht man, hier wurde Dinosaurier gekauft. Und hier hat man dann wieder nichts ausgegeben. Und dann hat man auch andere Sachen. Zum Beispiel, wenn man hier was gebaut hat. Hier sieht man das. Hier wurde ordentlich investiert in den Bau. Dann wurde wieder nichts ausgegeben. Hier wurde wieder ein bisschen was ausgegeben. Und ja, Parkmanagement weiß ich jetzt nicht genau, was da reinfließt. Aber ich denke, ihr könnt das schon ganz gut erkennen. Also man wird da wirklich tolle Übersichten haben. Und kann dann seinen Park hoffentlich sehr, sehr gut verwalten. Als nächstes erwarten uns hier schon die Ausgrabungen. Und da gibt es gleich auch ein tolles Video. Und ich würde auch fast sagen, dass wir uns jetzt direkt jetzt mal angucken. Da seht ihr dann auch die Weltkarte mit den verschiedenen Ausgrabungsformationen. Und dort kann man dann sogar die Spezies auswählen. Und auch den Skin, so wie es aussieht. Sehr, sehr interessant. Sieht optisch auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Und vielversprechend. Und es sieht auch so aus, als wenn zum Beispiel bestimmte Formationen auch noch nicht freigeschaltet sind. Die kann man dann auch noch irgendwie freischalten. Und dann scheint man auch in verschiedenen Ausgrabungsstätten logischerweise verschiedene Fossilien finden zu können. Zum Beispiel sind wir hier jetzt, glaube ich, in Asien. Da kann man dann, ist das Asien? Kann man so schlecht erkennen. Steht das da vielleicht bei? Ich kann es leider nicht lesen. Auf jeden Fall, hier kann man dann den Mikroraptor finden. Und drüben in Amerika war dann gerade der Edmonton und sowas. Der Chiraco, der Edmonton. Also das funktioniert ähnlich wie bei Jurassic World Evolution. Aber ich finde, dass die Menü schon sehr, sehr cool und gut aussehen. Das gefällt mir. Der nächste Punkt ist dann auch schon direkt das Wetter. Dort haben sich die Entwickler schon mal so ein bisschen rumprobiert und experimentiert, was man so mit dem Wetter und der Atmosphäre machen kann. Und das sieht man hier schon ganz gut, diesen Screenshot. Hier ist nämlich ein Raxi am Schlafen in einem verregneten Wald. Zumindest sieht das hier alles so ein bisschen nass aus und auch nebelig. Finde ich optisch schon mal sehr cool. Also Wetter macht schon viel her. Vor allem, wenn wir dann später auch noch Katastrophen und sowas kriegen wie Wirbelstürme und andere Unwetter. Das wäre schon ziemlich cool. Nehmen wir auch noch ein Bild von einem, ist das ein Torvo? Ich glaube, das ist ein Torvo. Scheint jetzt gerade der Regen aufgehört zu haben und die Sonne kommt wieder raus. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Die Oberflächen noch alle relativ nass und die Sonnenstrahlen scheinen hier so richtig schön drauf. Das ist schon cool. Dann haben wir als nächstes Unterwassergestaltung, dass das schöner aussieht. Also ihr seht jetzt hier diesen Unterwassereffekt. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Sieht schon wirklich cool aus. Und auch die Soundkulisse ist unter Wasser jetzt anders. Aber ich muss sagen, das sieht richtig nice aus. Ich hoffe, wir können später auch wie bei Planet Zoo das Wasser von der Klarheit und Farbe so ein bisschen selber anpassen. Das wäre nice. Das lässt ja schon so ein bisschen darauf hoffen, dass wir irgendwann auch Unterwasserkreatungen kriegen. Das ist mega nice. Also optisch gefällt mir das richtig, richtig gut. Jetzt hören wir nochmal ein Bild. Ja, das ist toll. Also hier könnt ihr auch gut den Unterschied sehen, ne? Hier oben ist halt normal und hier unten ist Unterwasser. Das sieht schon alles sehr, sehr ordentlich aus, muss man sagen. Oh, wir können sogar den Unterwassersound uns einmal anhören. Das ist nice. Das sieht ja schon mal richtig cool aus. Hört sich auch sehr gut an. Oh, wie nice. Als nächsten Punkt haben wir nochmal das Aviarium. Und vor allem geht es um die Animation und Bewegung von den Mikroraptoren in diesem. Ja, da steht nochmal drin, dass diese Entwicklung, dass diese Animationen flüssig aussehen, relativ komplex ist und kostenintensiv. Aber es später dann so sein wird, dass man, glaube ich, auch zwischen verschiedenen Bewegungen auswählen kann. Allerdings sind diese Bewegungen natürlich immer, ja, voreingestellt. Das heißt, man kann jetzt nicht selber Äste bauen und dann fliegen die selber und selbstständig darauf. Sondern die durchfliegen halt immer so eine gewisse Schleife. Und da kann man dann auch ein bisschen variieren, damit das alles spannender und interessanter wird. Finde ich auch vollkommen okay, die Lösung, muss ich sagen. Sieht ja auch ganz interessant aus. Da sieht man das mal in der Entwicklung so ein bisschen. Sehr, sehr cool. Dann haben wir zwei neue Soundtracks. Da könnt ihr gerne mal selber reinhören. Dieser Devlog ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr mal in die Lieder reinhören wollt. Die sind alle sehr, sehr cool. Und jetzt haben wir nochmal einige Bilder von neuen Bäumen und Gegenständen, die man platzieren kann. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Das sind so Redwood Trees, würde ich fast sagen. Und auch neue Büsche. Und auch der Grund ist, glaube ich, ein bisschen anders. Der Untergrund sieht cool aus. Damit kann man wirklich einen tollen Wald dann kreieren. Sind das die gleichen Bäume? Ne, ist ein bisschen anders, ne? Ich glaube, das sind jetzt ein bisschen andere Bäume. Aber die sehen auch sehr, sehr nice aus. Auch so ein relativ brauner Wald, würde ich jetzt fast sagen. So mit dem Untergrund. Gefällt mir aber optisch sehr, sehr gut. Und weiter geht's. Der nächste Wald. Oh, das sieht schon cool aus. Vor allem sieht das jetzt auch alles besser aus mit diesen neuen Schatteneffekten, muss man einfach sagen. Und die Lichteffekte auch hier. Cool, das ist, wie die Sonne hier durchstrahlt. Das sieht schon nochmal eine ganze Nummer nicer aus. Ich meine, das Spiel sah auch schon vorher sehr, sehr gut aus. Aber man sieht den Unterschied schon extrem. Hier nochmal ein paar Büsche. Die Felsen sind, glaube ich, nicht neu, oder? Also könnte ich jetzt zumindest nicht zuordnen. Die sehen eigentlich relativ gleich noch aus. Sind ja auch so Fahne eher, ne? Aber so ein bisschen anders. Und auch ein neues Tier. Nämlich der Parasaurolophus. Da haben wir ihn. Wunder, wunderschön, wie ich finde. Da bin ich übrigens sehr gespannt auf die Sounds. Weil der macht, glaube ich, richtig coole Sounds in echt. Und ich bin gespannt, wie das in Prehistory Kingdom... Oder hat coole Sounds gemacht, sagen wir es mal so. Ist ja ausgestorben. Ich bin gespannt, wie das in Prehistory Kingdom umgesetzt ist. Sieht auf jeden Fall optisch richtig cool aus. Ich finde es cool, dass der so ein richtig langes... Nennt man das Ding eigentlich Horn? Weiß ich nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber optisch finde ich den richtig cool. Und ich freue mich natürlich auf diesen. Wird wahrscheinlich ähnlich sein wie der Edmontosaurus. So vom Laufen her und den Bewegungen. Da schreit er sogar. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich das Männchen mit der Farbe. Und das hier, das Weibchen. Auch hier schon mit den neuen Bflanzen, so wie es aussieht. So ein bisschen. Im Hintergrund sieht man auch die neuen Bäume. Und auch das Wettersystem ist, glaube ich, an. Sehr, sehr hübsch, das Spiel. So. Und hier kann man nochmal ein Video sehen, wie hier das Voice-Over gemacht wird. Auch sehr, sehr interessant. Und nochmal Community Spotlight. Das heißt, mal gucken, was die Community gebaut hat. Oh, guck mal. Hier so eine kleine Arena. Wo dann hier Zuschauer sitzen können. Was heißt Arena? So eine Tribüne ist es fast. Und hier ist dann eine Dino-Show oder sowas. So sieht das zumindest so ein bisschen so aus. Nicht schlecht. Oh, auch sehr schön. Und jetzt Vogelkäfige. Zwei Stück miteinander verbunden so. Sehr coole Idee. Richtig schön gemacht. Und was haben wir hier? Ach, das ist allgemein ein Zoo-Überblick, ne? Mit einer Zoo-Karte selbst erstellt. Auch sehr cool. Sieht sehr schön aus. Ja, und das war's, Leute. Das war der Devlog 39 vom Mai 2021. Hat jetzt, glaube ich, doch ein bisschen länger gedauert als ich gedacht hab. Aber ich hab mich auch ein bisschen verlabert. Aber seid mir da nicht böse. Ist halt auch nicht immer so leicht mit den ganzen Englischen und dann ins Deutsche. Ich hoffe, ich hab's einigermaßen richtig und verständlich für euch rübergebracht. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandie Euer Dandie